Musik Millionen Menschen hier bei uns sind einsam. Und es betrifft alle Altersgruppen. Wer sich schon einmal einsam gefühlt hat, der weiß, wie belastend das sein kann. Und es kann sogar krank machen. Was also tun? Susanne Seefeld, hier in der Kirchengemeinde in Großflottbeck, hatte die Idee, Herzensspaziergänge anzubieten. Und diese Tandem-Spaziergänge gegen Einsamkeit, die kommen richtig gut an. Das Besondere ist, glaube ich, dass man nicht einfach nur spazieren geht und übers Wetter schnackt, sondern dass man tatsächlich ein Thema hat, was das Herz berührt, wo man dann auch schnell auf eigene Herzensthemen kommt. Man kann auch mal übers Wetter reden, aber das, was einen befriedigt, sind ja, finde ich, Gespräche auch mit ein bisschen Tiefgang. Und ja, dass man sich bewegt, dass man unterwegs ist und auch gemeinsam in eine Richtung guckt. Ich finde, wenn man in einem Raum beieinander sitzt, womöglich noch frontal, dann ist das ja manchmal so ein bisschen steif. Aber wenn man läuft und auch nebenher oder man guckt mal ins Grüne und weist sich auf schöne Sachen hin, das ist viel entspannter. Also spazieren gehen und dabei über Herzensdinge reden, passt wunderbar zusammen. Und ich finde, das ist ein super Projekt gegen Einsamkeit, weil man es gar nicht thematisieren muss. Man muss nicht sagen, wir gehen jetzt gegen die Einsamkeit vor, sondern man geht spazieren mit einem Menschen. Immer mehr Kirchengemeinden bundesweit haben ähnliche Angebote. Gemeinsames Essen oder Wandern gegen die Einsamkeit. Ich finde das gut und richtig. Denn schließlich hat schon der Apostel Paulus geraten, einer trage des anderen Last.